Hallo, mein Name ist Kathrin Hammes, ich arbeite beim Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar und in dem heutigen Video darf ich euch Fakten über die Kuh vorstellen. Die Kuh wird häufig mit verschiedenen Vorurteilen behaftet, die so aber gar nicht stimmen. Und um euch heute mal ein paar alternative Fakten zur Kuh vorzustellen, hört jetzt gut zu. Kühe sind Wiederkäuer, sie verwerten Gras, dabei helfen ihr Mikroorganismen in einem Magen. Insgesamt hat die Kuh vier Mägen und auf den Magen, auf den ich raus will, das ist der Pansen und in diesem befinden sich eben die Mikroorganismen und die tragen dazu bei, dass aus Gras Milch wird. Kühe sind super ungeduldige Tiere. Wenn es einer Kuh nicht schnell genug geht, dann drückt die und treibt die so lange, bis sie an ihrem Ziel ist. Also Geduld findet man bei der Kuh nicht unbedingt. Kühe und ihr Alter. Wusstet ihr eigentlich, dass Kuh bis zu 20 Jahre alt werden können? Kühe und ihr Schlaf- oder Liegeverhalten. Kühe liegen bis zu 16 Stunden am Tag. Allerdings ruhen sie dann nur circa zwölf Stunden am Tag, liegen sie in der Box und träumen vor sich hin und nur circa vier Stunden schlafen sie, wobei diese vier Stunden auch nie komplett am Stück sind. Also Kühe machen quasi kleine Power-Naps über den Tag verteilt und sind dann trotzdem den ganzen Tag fit. Zwischen den einzelnen Liegeeinheiten steht die Kuh aber auch wieder auf, geht zum Futtertisch, frisst und legt sich anschließend wieder in die Liegebox und kaut dort gemütlich wieder. Die wirklichen Tiefschlafphasen sind in fünf bis sieben, manchmal auch zwölf Einheiten am Tag verteilt. Nur in diesen kurzen Einheiten von bis zu 30 Minuten schlafen die wirklich so tief, dass eben auch ein Träumen möglich ist. Kühe und Hören. Kühe haben ein super feines und sensibles Gehör. Sie können in der Reichweite 23.000 bis 35.000 Hertz hören. Im Vergleich dazu hört ein Mensch meistens in dem Bereich 20.000 bis 20.000 Hertz. Kühe hören damit viele Geräusche viel feiner und viel früher als wir Menschen. Dieses feine Hören hilft denen natürlich, weil Kühe sind Fluchttiere, müssen dementsprechend auch schon frühzeitig wissen, wenn sich ein Feind annähert, um flüchten zu können. Dieses feine Gehör hat natürlich auch zum Nachteil, dass dadurch Stress verursacht werden kann. Also gerade im Umgang mit den Tieren sollte man immer auf eine neutrale Tonlage achten, da das sonst zu einem Aufruhr und auch in gewisser Weise zu Stress bei dem Tier führt. Außerdem können Kühe auch Ultraschallgeräusche hören. Und damit sind wir schon am Ende unseres Videos. Fünf Fakten zur Kuh. Im nächsten Video geht es weiter, denn die Kuh ist mein absolutes Lieblingstier. Und natürlich gibt es noch viel mehr Fakten über die Kuh. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017